Dabei habe ich noch zwei, die sind mitten in der Pubertät. Also einer richtig zwischendrin und der andere gerade auf dem Weg dahin. Jeremy ist 16, ist ein Kotzbrocken. Ich sage, der liebe Gott hat auch gepennt, genau wie bei Damen-Ober-Bekleidung-Abteilung. Pubertät und Wechseljahre, wie Döbel und Weihwasser. Das geht gar nicht zusammen. Der denkt, er hat immer recht und er weiß alles besser. Da vertut er sich, das bin ich. Ja, der hat so blöde Freunde und die trinken und die rauchen und die hacken tausend Sachen aus. Dann hat er so ein Spezi dabei, Mark Radetzky. Der hat so alternative Eltern, die sagen immer, wir vertrauen dem Mark, der kann machen, was er will. Wir vertrauen ihm, verarscht er die von morgens bis früh. Und ich muss dann immer hören, Mama, der Mark darf aber bis drei. Das ist ungerecht. Und einmal, da war ich bei ihm im Zimmer am Saugen. Denkt mir nichts, da musst du immer gucken. In sein Zimmer, da suchst du nichts, da musst du es googeln. Mütter, wir sind eine Suchmaschine. Unglaublich. Und plötzlich geht sein Laptop. Ach, denke ich. Guck ich da drauf und da steht Pussy Magnet 93. Das ist Mark Radetzky. Pussy Magnet 93. Yo, Alter, bist du am Start? Yo. Nee, ich bin eigentlich am Saugen hier, aber so. Jetzt ist Jeremy nicht da. Wäre er da gewesen, hätte ich ihn gerufen. Hätte ich gesagt, hör mal, Junge, dein Computer geht, dein Laptop, ja. Aber der ist nicht da. Und ich weiß, das darf man dann nicht. Aber ich bin seine Mama. Ich will ja nur sein Bestes. Denke ich, komm, dann spinkst du doch nur ein bisschen mal. Mal gucken. Guck ich noch mal. Yo, Alter, yo, dat, chill mal. Hast du den blauen Brief verschwinden lassen? Ich hab doch in Französisch eine 2 geschrieben, oder? Yo, dat. Lol. Was ist denn Lol? Wer ist denn Lol? Wenn das deine Alte geschluckt hat, dann ist sie so doof und dick und bescheuert wie Heidi Klum. Wie bitte? Hast du alles fürs Wochenende besorgt? Besorgt. Was läuft denn am Wochenende, alter Schilmer? Yo. Hast du wieder gekifft? Aki hat sturmfrei. Wir treffen uns um 20.30 Uhr. Und denk an den Whisky von deinem Alten. Hat in den letzten Wochen prima geklappt. Wie bitte? Ich denke, wir bereiten ein Referat vor. Lol. Schon wieder Lol. Wer ist das? Wenn das deine Alte auch geschluckt hat, dann ist sie so doof wie 10 Meter Feldweg. Das ist ja eine Frechheit. Moment mal. Hör mal gut zu, mein Freundchen. Moment mal. Meine Alte ist nicht doof wie 10 Meter Feldweg und auch nicht bescheuert wie Heidi Klum. Ich bin ein braver Junge, habe nie gekifft und stehe in Französisch glatt zwei. Außerdem will meine Mama nur das Beste für mich. Und wer zum Teufel ist lol? Frau Kinski, schämen Sie sich. Ich verachte Sie. Sie sind in die Intimsphäre Ihres Sohnes eingedrungen. Sie haben das aufs Gröbste verletzt. Und außerdem kann sowas langjährige psychologische Folgen haben. Schämen Sie sich. Moment, Moment, Moment. Moment, so schreibt doch kein 16-Jähriger. Herr Radetzky? Hallo Margie, liebe Grüße von Gabel. Sitz bei mir auf der Couch. Hammer Klaus, spinnst du? Schäm dich auch. Wir müssen wirklich damit aufhören. Das ist ja unglaublich. Erzähl das bloß keinem. Wir müssen endlich lernen, unseren Jungs zu vertrauen. Verdammt nochmal. Oh, Moment mal, ich muss aufhören. Jeremy kriegt gerade eine SMS.